herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von doom eternal okay wir sind angekommen glaube ich erstmal alles mit dem was noch geht ja wurde auch gerade schon ange- oder ladebild schon gezeigt so eigen sind wir müssen wahrscheinlich irgendwie rüstung abschießen und so und scheint wohl auch ein relativ stationärer boss zu sein mal schauen was das wird eigen aus sind ich glaube wir sind bereit ich weiß es nicht wir werden es geschieht das treffen der titanen wie prophezeit so genau zerstöre sämtliche rüstung des icons hin um sein energieschild zu deaktivieren der beschuss der energiehülle verursacht keinen schaden okay don't mehr da haben wir auch die obwohl oh gut wir können auch hier uns rüber laufen haben wir auch einiges an gegner wahrscheinlich um es wieder aufzufrischen und so weiter und so fort dankeschön bautsch 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 ich glaube wir haben eins ja genau das haben wir abgefrühstückt okay wir ballern weiter drauf das ding scheint sich zu regenerieren das ist schön BFG wahrscheinlich nicht fuck okay 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 was wird das jetzt okay zwei haben wir schon mal zerstört von ich wollte euch den Pinky au 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 okay okay ich muss heute mal wieder ein bisschen Munition beschaffen okay 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 so oh es geht aber okay wäre okay 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 das ist auch upsala okay 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 Wunderschön getan. Ich bräuchte mal ein bisschen mehr Munition. Schade. Wieso kriege ich dich denn da nicht? Ach, lädt das hier unsere Schläge auf? Kann das sein? Aber geht, wir haben jetzt zum Glück genug Zeug, um uns wieder zurückzubringen. Das ist ganz angenehm. Ich glaube, wir müssen die Munition nutzen. Das ist auch schon weg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach oben. Au, 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 au. Lappel, bitte. Ah, okay. Du kannst es mittlerweile so... ...wie es scheint. Genau, bleib mal so. Ich glaube, unterhalb können wir auch noch drauf ballern, wie es scheint. Okay. Was geht? Was geht? Wie wäre es denn mit der Balliste? Eigentlich haben wir auch nicht vermischt, ne? Fuck, 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 fuck. So, na gut, ein Leben haben wir verloren. Wir haben noch... ...wie war's? Jawohl. Autsch. So, mein Lieber. Aua. Das wird mal wieder Zeit. Hätte gerne das Leben noch mitgenommen, aber gut. Oha. Dann kommt. Meins. Bitte durchlassen. Danke. Den hätte ich gerne. Ich glaube, ich müsste mal... Wie gesagt, es fehlt eigentlich noch hier als letztes. Ja. Und die Rüstung, ne? Oh, hi. So, dann haben wir wieder Muniz... Ne, Munizion nicht. Ich wollte nur Munizion tatsächlich. Okay. Okay. Rützel. Rützel. Ne, die Rakete ist tatsächlich viel zu langsam dafür. Was hältst du davon? Jawohl. Schnell, jetzt da die Rüstung zerstört ist, liegt der Körper frei. Betritt das Portal und schließe den Kampf ab. War ja klar, dass da noch was kommt. Okay. Ich habe hier soweit alles mitgenommen. Das Ganze nochmal. Gut. Das Ganze nochmal. Kann ich da durch? Kann ich. Oh, noch mehr. Ich bin nicht g. Cool. Dann zerlegen wir euch nochmal. Okay. Da scheint deutlich mehr zu fressen an Munizion gerade. Ich habe es erwischt. Sehr schön. So. Okay. So. 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 Oh, schatz, 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 schatz. Das war, ja. Das war Verschwendung gerade. Schade. Na gut. Aber gut, sie wissen, dass da ein Schuss ausreicht. Vielleicht früher mal drauf achten sollen. Du gehst auch ein bisschen spazieren, hab ich den Eindruck, ne? Das wird. So, dann bräuchte ich aber nochmal ein bisschen Munition. Dankeschön. Sehr zuvorkommend. Autsch. Was wird das jetzt eigentlich? Ja, das ist viel davon. Komm, ich baue euch. Danke. Zoom. Autsch. Ich habe proste, dek'o. À'sch. Es wird, es wird, es wird. Ja, ich denke, das sollte man hinkriegen. Ich denke, das kriegen wir hin. Let it rain. Oh. Kurz zurückziehen. Und mal um die etwas dickeren hier kümmern. Du kannst da weg. Dankeschön. Du kannst da weg. Es wird, es wird. Das wird nicht. Du kannst da weg. Hallo, was geht denn da schon jetzt? So, wir brauchen eine Munition, weniger von euch. Okay, du hast noch ein bisschen was, wo wir draufballern können. Jawohl, das ist weg. Einmal, zweimal. Und dreimal. Dann mal wieder auffrischen hier. Dankeschön, haben wir irgendwo hinein, Vieh, Munition. Gut, wieder die Schwerengeschütze raus. Was fehlt denn eigentlich noch? Das untere? Rollen. Nacht. Ah, das ist halt auch so ein bisschen langsamer. Aber machbar. Gut. Liegt's echt noch dran, das letzte Stück zu finden, was wir hier wegsägen können. Das haben wir, ach so, Schulter, oder? Ja. Gesundheit. Irgendwo? Wir haben wieder Gesundheit. Da ist noch mehr Gesundheit. Dann gucken wir mal was genau um die Schulter. Na, das hätte es nicht sein müssen. Nichts. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Denn dein Kampf wird ewig. So, dann haben wir das nämlich auch geschafft. Also zumindest mein Hauptspiel durch. Wir haben ja noch ein bisschen was an DLC. Von daher machen wir damit dann direkt morgen weiter, würde ich sagen. Und, ähm, ja, ich lass mal die Credits durchlaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim DLC vielleicht was anderes kommt. Es sind auch wieder schöne Bilder mit dabei. Von daher, bedanke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat den Spaß. Seid dann morgen wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Das war's für heute. 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 Ja, die Frage ist, wenn wir jetzt hier fortsetzen, ob es dann direkt zum DLC weiter geht. Naja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze erstmal und dann schauen wir mal, was es wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Euer Peacemaker.